Guten Tag! Heute zeige ich Ihnen, wie wir Dateilisten von Bildern und Fotos inklusive Vorschaubilder erstellen. Wählen Sie unter dem Reiter Verzeichnis, das gewünschte Dateiverzeichnis aus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dateiliste alle für Sie wichtigen Spalten enthält. Wählen Sie diese unter dem Reiter Spalten aus, und ordnen Sie die Spalten nun in der für Sie gewünschten Reihenfolge. Unter Ausgabe wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat Ihrer Dateiliste. Bei der Ausgabe in Excel, Calc und HTML-Tabelle können Sie die Option Thumbnails anwählen, um Vorschaubilder in Ihrer Liste anzuzeigen. Mit einem Klick auf das Vorschaubild oder die Pfadadresse können Sie direkt das entsprechende Bild öffnen. Haben Sie noch Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme via Website. Vielen Dank!